Sie sehen hier die Flexform Wrap von GEA. Das ist eine integrierte Lutscher-Produktionslinie für 3D-Fingerlutscher. Interessant ist die Flexform Wrap für Hersteller von Lutschern. Das Besondere der Flexform Wrap ist, 1. Sie ist integriert und modular. Es sind zum Beispiel sehr viele Module wählbar nach Anforderung. 2. Durch die hohe Zuverlässigkeit und Effizienz gibt es wenig Ausfallzeiten und Stops. 3. Sie ist produktionsfreundlich, wartungsarm und flexibel durch die einfache Bedienung und Anpassbarkeit.